Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht bin ich nicht gut genug. Ist dein Po nicht hübsch? Ist er nicht geschmeidig? Und ist das der Grund, weshalb Tobias ihn meidet? Ich will nur einen Klaps, einen kleinen Stoß. Ein nett gemeintes Hallo du! Für meinen armen Po. Ich steh zu meinem Hintern, das ist doch meine Pflicht. Er hat schließlich Gefühle, ja genau wie du und ich. Ich will mich nicht beklagen, doch was soll ich euch sonst sagen? Ach, wär nur jemand hier, der mein Gesäß ganz sanft berührt. Ein netter Kavalier, der meinen Hintern respektiert. Wir sind so unendlich traurig. Mein armer Popo und ich.